Hey hallo, herzlich willkommen zu diesem Vollmond-Orakel für den Vollmond vom 7. Mai. Am 7. Mai haben wir gleichzeitig auch noch einen Portal-Tag und ich habe so das Gefühl, seit zwei Tagen für die Vollmond-Energie schon relativ stark zu arbeiten. Ich weiss nicht, wie du das spürst oder schworren kannst. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, dass relativ viele Prozesse in Gang gekommen sind und auch die Energien sich stark erhöht haben. Und fühle du sehr gut auch für dich mal rein, wie das so ist, ob du das auch so wahrnimmst oder ob du das mal einfach gar nicht betroffen bist. Das gibt es ja auch. Es ist ja nicht immer so, dass jeder Vollmond und jeder Portal-Tag für jeden etwas bereit halten muss. Ich habe hier für uns ein paar Karten ausgelegt aus dem Mundschild-Tarot und ich freue mich dir, die jetzt gerade zu zeigen und dir meine Interpretation zu teuten, damit du ein bisschen spüren und kannst schauen, um was geht es bei dir während dem Vollmond und während dem Portal-Tag, wo sich jetzt gerade am einrufen ist. Schauen wir doch gerade mal. Was in deinem Herz läuft. Oh, wow. Vier von den Münzen. Das Mundschild-Tarot. Ich finde, das ist ein wunderschönes Kartendeck. Ich muss aber sagen, dass ich nicht finde, dass es eine klassische Tarot-Energie hat. Aber als Oracle-Karte kommt es fast noch besser herkommt als als Tarot-Karte. Also in die klassische Tarot-Energie komme ich nicht so, wenn ich mit diesem Deck arbeite, aber das spielt ja keine Rolle. Es ist trotzdem eine wundervolle Karte. Das war ja auch du mit diesem wunderbaren Go. Das ist wirklich eine sehr luxuriöse Variation. Vier von den Münzen zeigt mir, hey, es ist deine Zeit. Es ist ganz und gar jetzt deine Zeit. Deine Zeit, wo du dich als wichtig erachten darf, als wertvoll spüren. Und es ist auch so ein bisschen wie eine Zeit für Wellness oder für irgendetwas, was dir gut tut, was dich im Herzen berührt, was dir ganz viel Glow und Wärme und Liebe dir geben kann. Wahrscheinlich bist du jemand, der immer ein bisschen Mühe hat, Komplimente anzunehmen oder auch sich selber auch mal so ein bisschen im Sonnenlicht dürfen, die Sonne oder sich mal im Mittelpunkt stellen. Für viele Menschen ist ja das schwierig. Und jetzt ist es so wie deine Zeit. Du bist dran. Du bist dran an der Heilung. Und es ist ganz viel Heilung für dich da, die auf dich wirkt, die aus der geistigen Welt zu dir kommen möchte, die dich berühren möchte. Und es dürfte dich in dem berühren, dass du wirst wissen, dass du jemand ganz Besonderes bist. Ja, jemand Kostbares, jemand Wertvolles und jemand Heiliges. Und das darfst du dir wie auch noch ein bisschen mehr lernen, zuzustehen. Es ist ganz viel Feinheit, ganz viel Sternenergie, Magie ist für dich da. Und man möchte dir wirklich sagen, dass du das annehmen, was für dich da ist. Und klar, manchmal gibt es vielleicht auch Eruptionen oder Härte, die auf dich zukommen. Aber auch das sind sehr, sehr wertvolle Erfahrungen. Und sie dienen auch deinem Wachstum hinsichtlich deinem eigenen Selbstwert und deiner eigenen Selbstliebe. Also die Portal-Tags-Energien und Vollmond-Energien, man sieht die hier hinten, ist auch nochmal wie so eine Münze, ist eine Energie, die dich ganz fest lösen und befreien möchte, die auch dein Sprachzentrum, also hier auch dein Hausschakra, wie möchte auf eine neue Schwingung bringen. Dass du in diesen kommunikative Ausdruck dürfst gehen und dass du wirklich und wahrhaftig das kannst ausdrücken, was du auf dem Herz trägst. Und dass dort auch zuerst nochmal ganz viel Heilung dürf in den Herzzentrum, aber auch in dein Hausschakra, also Herz- und Hausschakra nehme ich da vor, wo ganz eine tiefe Heilung dürfst dir hineinscheinen, da aus dem Kosmos, wo dich einfach lösen und befreien kann, und dass du ganz und gar in deine Leichtigkeit wieder durchfingst. Ja, es geht um Leichtigkeit. Und vielleicht warst du in der Vergangenheit schwer, hast dich schwer gefühlt, energetisch. Und du möchtest einfach so viel Glitzer und Glimmer und Schönheit und Leichtigkeit und Liebe vor allem auch. Ja, ganz viel Liebe spüre ich hier, die zu dir kommen möchte, die dich berühren möchte und die dich einfach öffnen möchte. Du bist in gewissen Themen noch ziemlich zu. Und das Zusehen hat auch mit einem gewissen Selbstschutz zu tun. Wir haben hier die vierten Münzen. Und die vierten Münzen sagt auch, ich habe Angst davor, mich zu öffnen. Ich habe Angst davor, mich zu öffnen für Größeres. Für meine eigene Grösse, für meine eigene Schönheit. Und hier möchte ich wirklich eine ganz tiefe, vertrauensvolle Öffnung von dir auch stattfinden, dass du dir wie der höheren Führung übergeben darfst, dass eine wahrhaftig tiefe Heilung zu dir kommen darf. Und lass es wirken. Lass es einfach wirken. Es muss nichts mit Druck oder mit Zwang erfolgen. Es muss auch nichts so erfolgen, dass wenn man am Gras zieht, dass es dann schneller wächst. Also lass dir Zeit. Lass dir Zeit in deinem Öffnungsprozess. Lass dir auch Zeit in deiner Heingabe an dich selber. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und umso mehr du dir Zeit gibst, umso mehr kannst du auch sehen, wie wertvoll das alles ist. Wie wertvoll du in diesem Prozess bist. In diesem Prozess von dir selber an dich selber. Und dass es eine tiefgreifende Heilung ist, die man nicht schnell, schnell, schnell erzwingen kann. Oder mit pressieren kann, forcieren. So läuft es nicht. Es soll langsam gehen. Und es soll sorgfältig gehen. Nur wenn es langsam geht, kann es auch sorgfältig sein. Und wenn du Lust hast und dich das anspricht, dann möchte ich dich herzlich einladen, meinen Blog zu lesen zu den Mai-Energien, weil das auch gerade ein ganz grosses Thema ist zum Monat Mai. Ich verlinke dir das unten in der Infobox. Und das ist ein Hauptthema, das für dich in diesem Vollmond ansteigt. Wir schauen weiter, wohin ich das führen möchte. Und wir kommen hier acht von den Stäben über. Und acht von den Stäben zeigen mir auch, es geht relativ schnell trotzdem. Es kann erst dann schnell gehen, wenn du dich ganz und gar öffnest. Und wenn du dich ganz und gar hingehst und dir bewusst machst, dass du ganz viel Heilung auf dich zukommen möchtest. Und wenn du dich öffnest, dann kann hier wie ein Tor aufgehen. Eben das Portal vom Portaltag vom 7. Mai. Oder eben auch die Vollmond-Energien, die sich morgen vollständig öffnen will. Wir sehen hier auch den Mond im Hintergrund. Der volle Mond. Und das ist wirklich schön. Und wir sehen auch hier auf dieser Figur, und dass es ganz stark mit der Heilung von deinem Herz Chakra zu tun hat. Und da sind wie noch Ängste und Vorbehalt, vielleicht auch Vorurteile bezüglich deiner eigenen Heilung hier. Und du dürfst einfach vertrauen. Du dürfst vertrauen, dass da so viel Liebe rum ist, dass da so viel Leichtigkeit auch möchte zu dir kommen. Dass du dich dann noch leichter fühlst. Weil du mit den vier von den Münzen spürst, ich spüre schon auch, da ist wie noch so eine Schweri rum, ein Klotz, das er da auf dem Hals- und Herzbereich drückt. Und das er auch ganz viel Ängste verursacht. Ängste vor dem Unbekannten. Ängste vor deinem eigenen Wachstum und vor deinem eigenen Potenzial und vor deiner eigenen Grösse. Und die Acht von der Stäbe sagt dir, wenn du in das Vertrauen, in die meditative Versenkung von deiner Heingabe kannst gehen, dass so ganz viel Sanftheit aktiviert werden möchte. und Liebe und Güte. Du hast so viel Wärme da. Aber es ist wie so für dich angesagt, jetzt gleich durch das Tor durchzugehen und eine andere Welt zu betreten. Es ist wie auch zeitreif, dass du und deine Person sich voll und ganz voll und ganz dürfen sich der Liebe hergeben, die für dich da ist. Der Liebe vom Universum, der ganz grossen Schöpfung, die für dich da ist und du darfst annehmen und in dich reinfüllen lassen. Ja, so wie die Sterne da, die da auf dieser Frau so drin liegen. Du darfst die Liebe für dich annehmen und du darfst auch wissen, dass die Liebe für dich da ist. Ganz und gar. Ganz allein für dich. Und dass die dürre Periode, die so lange du in dir innen getreten hast und so entbehrungsreich auch gewesen ist. Ganz gleich schon mit ganz viel Liebe möchte geflutet werden. Freue dich über das. Und freue dich darüber, dass du diesen Weg kannst gehen. Und klar, es setzt ein bisschen Mut voraus. Und gleichzeitig ist es aber auch wichtig, dass du weisst, dass es auch wie das Okay von dir wie voraussetzt, dass die Heilung da wirklich darf in der Tiefe innen stattfinden. Und öffne dich für das. Öffne dich, weil es möchte ganz viel Liebe zu dir kommen. Dein Herz möchte dich hier wieder leuchten, aufblühen und ganz und gar angenommen werden. Gesehen werden als das, wer du bist, was du bist. Wir schauen weiter, woher das führt. Das ist so schön, das Deckel im Hintergrund mit dem Gold. Das finde ich mega schön. Und wir sehen, dass hier vier von den Kelchen kommen. Und das zeigt mir auch ganz stark, dass es sich für dich lohnt, in eine Meditation hineinzugehen. Einfach meditieren. Die heilenden Energien wirken lassen. Deine geistige Führung einladen, dass sie für dich wirken. Und dass das ganz tief in deinem ganzen System dir sehr wohltuend würde helfen. Heilen. Und auch Heilbehandlungen, Heilungen, Reiki-Sessions, Meditationen, all das ist sehr, sehr wohltuend und nähernd für dich jetzt. Also, Portal-Tage sind ja sowieso immer sehr gut, wenn Heilbehandlungen anstehen oder wenn spirituelle Arbeit ansteht, wo es wirklich in die Tiefe kann wirken, aus dem Universum kommend, kann es in deinem ganzen System, alle Chakren entlang tief runterwirken, bis zum Mitte zum Wurzelchakra. Und ja, nimm es als eine Zeit von der Versenkung an, von dir selber. Und dass es jetzt gar nicht darum geht, ganz viel in die Aktion zu gehen, ja, das ist wie nicht ein Thema, weil es prasseln gerade so viele kosmische Energien da, Ideen rein, die möchten, angeschaut und geheilt werden. Und das ist so viel Liebe für dich da, so viel Mut auch für deine Individualität. Dein Herz möchte sich wieder ganz und gar öffnen. Auch all den Liebeskommerschmerzen, den ich da vornehme, die in deinem System abgespeichert ist, möchte sich öffnen für eine grössere Heilung. Du siehst hier das Herzchakra in der Mitte hat den grössten Kreis. Und der Kreis ist sehr ausdehnend, geht über das Kronenchakra hinaus. und es möchte einfach viel Individualität für dich zurückkommen. Überall dort, wo du dich in einer Abhängigkeit gefühlt hast, dass du deine Individualität dürfst spüren, dass du dich abgrenzen von anderem, was nicht zu dir gehört. Du bist du und lebe deine Individualität. Und es kommt ganz viel Liebe für dich, dass du Standhaftigkeit üben kannst und dich in dir sicher fühlst, dass du kein schlechtes Gewissen musst haben, wenn du dich abgrenzen von und zu anderen Menschen. Meditation tut dir gut. Gehe in deine Versenkung und bleib dort im Moment. Und es muss ja nicht nur die Meditation sein, es kann ja einfach auch ein Moment der Stille sein, ein Moment der Ruhe, ein Moment vom Sehen. Und dann, wenn du bist, dann kann sich wirklich so dein Potenzial anfangen zu entfalten. Und dann braucht es auch gar nicht mehr noch irgendein Zutun von draussen, weil du bist ja und durch das, was du bist, bist du schon vollkommen richtig und in Ordnung und gut. Es braucht nicht immer noch die Aktion und die Handlung und weiss der Tiefel was alles noch, sondern du bist und es ist gut. Du bist gut. Das ist ein Prozess, der in deinem Herz und in deinen Gefühlen abläuft, der sehr wichtig für dich ist, dass es tiefer wirken und auch wirklich eine tiefe Entspannung und somit auch eine tiefe Heilung in dir selber erfahren. Wir schauen mal, was in deinen Gedanken läuft, in deiner Spiritualität und da kommen wir zwei von den Kelchen rüber und die zwei von den Kelchen sagen wir hey, jetzt ist wirklich deine Zeit und du darfst wirklich deinen Weg gehen, den Weg, der für dich vorbereitet ist und vorgespurt ist. Du bist eine spirituelle Person und es geht wirklich darum, deine spirituellen Talente noch mehr dir bewusst zu machen und alles zu entfalten. Ich nehme vor, wenn du dich noch mehr öffnest für deine eigene Spiritualität, dass du dann auch wirklich Menschen treffen kannst, die ganz tief in deinem Herz werden berühren, wo du mit anderen Menschen eine ganz gute Kooperation finden kannst, wo du vielleicht auch mit anderen Menschen eine Zusammenarbeit finden kannst. Doch das kann sich erst öffnen oder offenbaren, wenn du dich selber für deine eigene Heilung, vor allem von deinen Gefühlen und deinem Herz öffnen kannst. Und öffne dich auch noch mehr fürs Universum. Auch dort, nehme ich vor, ist noch eine Angst vorhanden, die es dir auf die Kehle drückt, wo du dich noch mehr vernetzen und deine schillernde Ganzheitlichkeit als Mensch dürfst du spüren im Zusammenhang mit dem Universum. Du bist gross und das Universum reflektiert sich in dir innen. Und die Reflexionen in dir innen sind wahnsinnig schön, es zeichnet deine Individualität. Und du als Mensch bist ein Individuum und du darfst immer noch mehr erkennen, was jedes Detail deiner Individualität ausmacht. Du bist nicht jemand, der mit der Masse mitgeht, obwohl du dich in einer Masse nicht mehr bewegst. Aber das Bewusstsein über das, dass du ein Individuum bist und dass du für das bestimmt bist, als Individuum für ein Kollektiv zu arbeiten und dass wir alle arbeiten für das Kollektiv und alle Individuen hilft dir auch noch mal ganz einen anderen Zugang zu dir selber zu finden und auch deine Spiritualität tiefer zu entwickeln und zu vertiefen. Also da möchte ich noch einen anderen Bereich in dir offenbaren, wenn du bereit bist, dich zu öffnen. Öffne dich. Mach dich bereit für die Erfahrung vom Universum, das zu dir kommen möchte. Mach dich auch bereit für deine spirituellen Fähigkeiten, die sich dir offenbaren möchten. Da möchte noch viel kommen und öffne dich auch für die Zusammenarbeit möglicherweise mit einer Person, die dir ganz wunderbare Unterstützung geben kann. Es ist sehr vieles schon vorgespuret und du darfst es eigentlich nur noch annehmen und geniessen. Das Schaffen mit den Klängen nehme ich auch vor, mit Musik. Klangschalen aber auch Musik merke ich auch, dass dir das sehr gut tut. Schauen wir noch weiter, wie sich das in deinem Aussen zeigt, in deinem Umfeld. Hier kommt auch noch eine schöne Karte, und zwar zehn von den Münzen. Du siehst, hier möchte sich dir wirklich eine ganz neue Welt offenbaren mit dem Vollmond. Dass du Zugang zu einer ganz anderen Ebene dass sehr vieles in dir möchte vervollständigen und dass du es geniessen im Verbund mit anderen Menschen, mit Menschen, die zutiefst in deinem Herzen berühren und du weisst, dass du aufgehoben und richtig bist im Verbund mit diesen Menschen. Dass es auch die Einsamkeit, die du möglicherweise hier auch noch spürst, allein sein, nicht verbunden sein, dass sich das dir zeigen möchte. Ich spüre hier ganz fest, das muss ich auch sagen, dass es vielleicht nicht die Menschen sind, die du in deinem direkten Umfeld hast, die du erwartest, dass sie mit dir verbunden sein sollen. Das ist sehr wichtig. Ich habe wirklich das Gefühl, dass sie neue Verbindungen, die sich für dich aufzutunen möchten. Mit neuen Menschen, wahrscheinlich mit Frauen, die dir einfach ganz viel geben können und dir ganz tief Heilung geben können in deinem Innersten, das du brauchst. Und da wäre es für dich wichtig, dass du deine ankonditionierten, familiären, traditionellen Strukturen hinterfragst und auch überprüfst, wer du in dein Innersten, in dein Persönlichsten und mit wem feierst du das. Es gibt Menschen, die dir vielleicht näher stehen als deine eigene Familie. Und so ist es wie auch Zeit für dich, das zu überprüfen und auch vielleicht mit diesen Menschen in einen neuen Verbund zu gehen und das vielleicht auch mal noch zu feiern, damit es dir wahrhaftig gerecht werden kann. Sehr oft ist es nicht unsere eigene Familie, die uns so nahe steht, wie wir meinen. Aber wir halten die Tradition so aufrecht, weil wir alle nicht frei sind von Projektion und unsere Erwartungshaltungen mit unseren Nächsten teilen, weil sie auch die Erwartung haben, dass das Bedürfnis, was auf der anderen Seite absolut nur eine reine Bedürftigkeit ist, erfüllt werden muss. Dass wir zusammen Ostern feiern, Geburtstag feiern, was auch immer feiern. Dabei gibt es Menschen, die dir so näher sind. Du darfst den Mut bekommen, für deine Individualität einzustehen und auch einzustehen für die Menschen, die dir im Herzen näher sind. Das ist eine sehr wichtige Lernaufgabe von diesem Vollmond. Dass du dich dort noch mehr mit diesen Menschen vernetzen auf der Herzensebene und das noch mehr gegen aussen tragen und das ist ein grosser Lernteil von dieser Vollmond Energie, die dir nicht bewusst ist. Darum auch noch Schattenthemen aufzeigen, die in die Heilung kommen. Also geh in die Heilung, hol dir die Heilung und teile Liebe mit allen, die dir begegnen, vor allem mit den Menschen, die dir im Herzen sind. Und nicht mit denen, die du das Gefühl hast, du musst es, sondern es geht darum, in deine Individualität zu kommen und Liebe dort auszudrücken, wo du es empfindest und wo du es fühlst und wo es für dich richtig und stimmig anfühlt. Alles Liebe für dich und einen wunderbaren Vollmond und einen schönen Portal-Tag am 7. Mai. Tschüss!